Ich habe diesen Kabal damals mit Bedacht nicht den Drogen-Kabal oder so genannt, sondern Open Mind, damit ich immer mein Themenfeld erweitern kann, wenn mir danach ist und mir ist danach. Keine Sorge, Drogen werden nach wie vor mein Hauptthema sein, aber alle drei bis vier Videos will ich ein komplett anderes Topic behandeln. Das, was mich zum Thema Drogen hingezogen hat, war zu einem großen Teil, dass es so ein Tabuthema war. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr ganz so tabu. Mein acht Jahre altes Video, das für die Legalisierung von Drogen argumentiert hat, über 10% Dislikes, während ein aktuelles, deutlich besser gemachtes Video von Simplicissimus mit der gleichen Forderung kaum Dislikes hat. Obwohl wahrscheinlich über 90% meiner Meinungen absolut Mainstream sind, habe ich Bock auf diesen Kabal-Videos zu den Meinungen von mir zu machen, die von vielen als kontrovers aufgefasst werden könnten, weil Tabuthemen mich irgendwie nach wie vor am meisten anziehen. Da ist es natürlich vorprogrammiert, dass einige von euch meine Meinung nicht teilen werden. Simon, ich schaue dich schon seit Jahren, aber jetzt haust du diese Meinung raus? Hätte ich nicht von dir erwartet. Da kann ich dich jetzt nicht mehr schauen. Ich schaue nur Videos von Leuten mit nur richtigen Meinungen. Eine kontroverse Meinung von mir ist beispielsweise, dass die meisten Maßnahmen deutlich weniger gebracht haben, als propagiert wird und dass Dr. John Yornidis mit der Behauptung Recht behalten wird, dass sie auf lange Sicht mehr geschadet haben werden als genutzt. Aber wenn ihr da gegenteiliger Meinung seid, ist das aus meiner Sicht eine coole Sache. Ich hoffe, dass sich dann die mit gegenteiliger Meinung in den Kommentaren dazu äußern, so dass man sich dann sachlich auf sympathischer Ebene zu dem Thema austauschen kann. Es kann dann natürlich auch vorkommen, dass ich mich irre und das durch einen Kommentar von euch feststelle und dann bald ein Video mache, wo ich sage, welche Aspekte ich vergessen habe. Aber bei den Lockdowns irre ich mich nicht und Simplicissi muss für den acht Jahren eine Doku mit genau der Meinung machen. Ich sehe bei der Covid-Politik wirklich einige Parallelen zur Drogenpolitik. Das kann man doch nicht vergleichen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, nein. Bei Drogen habe ich ja auch nichts anderes gemacht, als mir stundenlang Infos dazu reinzuziehen, um dann meine Meinung vorzutragen. Und wenn ich das für Drogen kann, kann ich das für andere Sachen auch. Und genau wie bei den Drogen können da Fehler passieren. Und wir können uns dann open-mindedly darüber austauschen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal erinnern, was das Wort Open Mind bedeutet. Es ist die Fähigkeit, neue Ideen unvoreingenommen in Erwägung zu ziehen und nicht die Fähigkeit, neue Ideen alle zu übernehmen. Damit beziehe ich mich vor allem auf die Vogue-Religion, weil es ab und zu vorkommt, dass mir Leute vorwerfen, dass ich nicht open-minded bin, weil ich das meiste davon ablehne. Wenn ihr überzeugende Argumente hättet, würde ich eurer Religion beitreten. Das gilt für alle Religionen. Es würde mich freuen, wenn auch die Leute, die meinen, sich nur für meine Drogenvideos zu interessieren, auch mal in die Videos zu anderen Themen reinschauen, damit sie dann feststellen können, dass diese Videos mindestens genauso epic sind. Mein Kabal war davor schon nur wegen den Drogen kontrovers. Jetzt wird er noch kontroverser. Das bedeutet, dass dieser Kabal weiterhin so gut wie kein Geld durch Werbepartner oder YouTube-Werbung machen wird. Also, wenn du jetzt sagst, Nice, Simon, gib mir politisch inkorrekte Drogentests und ich habe Bock, Sichtweisen außerhalb des Mainstreams von dir zu hören, dann kannst du diesen Kabal supporten durch die kürzlich aktivierte YouTube-Mitgliedschaft, durch Patreon oder dadurch, dass du dir was im Open-Mind-Shop oder Supplement-Shop gönnst. Das Sortiment wird da bald um geile Produkte erweitert werden. Einmal ein Supplement-Stack, den man nach einem Rave nimmt, dass es einem nicht so schlecht geht. Dann noch eine Trip-Box, wo lauter geile Sachen für während dem Trip drin sind. Und dann noch in zwei bis drei Monaten eine Surprise-Sache. Das sind alles Dinge, die ich teils schon seit Jahren plane, die jetzt aber ungefähr alle relativ zeitnah zueinander released werden. Also keine Sorge, ich bringe nicht jede Woche ein neues Produkt raus, aber für die nächsten Wochen wird es vielleicht kurz zu wirken. Und es gibt auch noch weitere Video-Ideen, die weder was mit Drogen noch was mit einem kontroversen Topic zu tun haben, auf die ich einfach Bock habe. Ich hatte davor Angst, diese Ideen umzusetzen, weil ich mir dachte, das hat ja gar nichts mit Drogen zu tun. Nicht, dass das nicht gut ankommt. Aber es sind immer geile Ideen, die eigentlich jeder interessant finden müsste. Die nächste Droge, die ich testen will, wird wahrscheinlich Mescalin sein. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Klasse statt Masse, hat ein weiser Mann mal gesagt. Zu meinen aktivsten Zeiten habe ich bis zu zwei Videos die Woche gemacht. Jetzt gerade schaue ich aber, dass ich den Rhythmus von circa alle zwei Wochen einhalte. Weil im Ein-Wochen-Rhythmus war es so, dass ich viel zu häufig irgendwie Videos rausgehauen habe, die eigentlich nicht meine Ansprüche erfüllen. Seitdem ich auf circa alle zwei Wochen umgestiegen bin, ist auch die Qualität vom Schnitt und der Hochwertigkeit des Videos im Allgemeinen hochgegangen. Bekam da auch häufig das Feedback von außen, dass beispielsweise meine letzten zwei Videos auf einem ganz anderen Level waren als ältere Trittberichte. Ja, das war so ein kleines Update-Video zur Zukunft von Open Mind. Dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich glaube, es wird geil. Also abonniert diesen Kabal. Peace!